Servus zum vierten und auch am vierten Tag begrüßen wir euch ganz herzlich zur digitalen Messe der Firma Liemke. Wie ihr seht, zum vierten Messetag alle noch relativ frisch und munter. Ich schätze, wenn wir uns zum vierten Tag in Dortmund getroffen hätten, wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders. Die Stimme wäre ein bisschen kratziger, die Augenlider würden ein bisschen hängen, aber heute noch mal ganz frisch und munter für euch und auch mit der Motivation, den fünften Tag noch gut zu überstehen. Am vierten Tag heute möchten wir euch ein weiteres Gerät aus der Merlin-Reihe vorstellen. Wir haben heute das Merlin 35. Wenn ihr das Video mit dem Merlin 13 hoffentlich verfolgt habt, habt ihr hier quasi den Vater des Merlin 13, einfach dementsprechend wesentlich größeres Gerät. Beim Merlin 35 haben wir eine 35 Millimeter Objektivlinse, womit wir schon in den Bereich der Handbeobachtungsgeräte kommen. Das heißt, wir können auch tatsächlich Wild, was wir jetzt an der Kürrung vor hätten oder dementsprechend an der Stelle, wo wir das Wild erlegen möchten, auch sauber ansprechen mit dem Gerät. Des Weiteren haben wir eine WiFi-Schnittstelle und es gibt die Möglichkeit, das Gerät über eine externe Powerbank zu laden während des Gebrauchs, falls man dementsprechend nochmal zusätzlichen Akkubetrieb braucht, wenn es mal wieder länger dauert. Des Weiteren verfügt das Gerät über ein Aluminiumgehäuse, was zum einen für die Robustheit spricht, aber auch dementsprechend das Gewicht des Geräts gering hält, was immer wichtig ist, wenn man ein Vorsatzgerät an die Tageslicht-Optik montiert. Zur Adaption können wir zum einen wieder den Blaseradapter verwenden für das Blaser-Drücke-Axylfernrohr. Zum anderen haben wir auch den klassischen Klemmadapter, der für alle Tageslicht-Optiken in jeglichen Größen verfügbar ist. Ja, vielen Dank, dass ihr auch am vierten digitalen Messetag bei der Firma Liemke auf dem Kanal vorbeigeschaut habt. Wie gesagt, heute haben wir euch das Merlin 35 vorgestellt. Ich hoffe, wir konnten da angehend soweit alle Fragen beantworten. Wenn noch Fragen sein sollten, schickt uns gerne eine persönliche Nachricht, schreibt es in die Kommentare. Wir werden es dann die Tage drauf auswerten, werden die Fragen mal zusammenschreiben, gucken welche am häufigsten gestellt werden und werden dann dazu natürlich auch nochmal Stellung nehmen. Da die Messe ja bekanntlich sechs Tage geht, werdet ihr auch in den nächsten beiden Tagen noch von der Firma Liemke im Rahmen der Digitalmesse hören. Morgen möchten wir euch das letzte Vorsatzgerät aus der Merlin-Reihe vorstellen, das Merlin 42. Also seid gespannt, schaltet morgen wieder ein. Weidmannsheil, servus!